1 Hallo meine liebe Michael-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge beim Redstone Co-op Jump'n'Run zusammen mit Flint Hallo, Hallöchen und danke, dass du mich runtergeschubst hast Bitte Ich hoffe, man hört mich jetzt in diesem Video mehr als vorher Das war nämlich immer ein kleines Problem Äh, ja Heute, nächster Part vom Co-op Jump'n'Run Ich hab ein bisschen was vorbereitet und warum ist Ehrensalat hier, hau ab Ähm, und zwar haben wir Steht auf dem Keks irgendwas drauf? Nö Warum hat er den Einserstaub? Egal Ähm, und zwar wird in diesem Part es so sein, dass Er ist richtig getrusted, er ist nur geedit Ich will den Movie mal kurz So Ähm, und zwar wird dieser Part so sein, dass wir einen Jump Tower machen Diesmal Das heißt, es ist einfach nur ein normaler Tower Äh, wo man nach oben springt Boah Wir können ja Donkey Kong Tower machen Was ist denn ein Ding? Donkey Kong Warum? Cool ist das? Das Schöne ist, bei dieser Stage muss man eigentlich nicht zu setten Hm, stimmt Also Musik ist jetzt etwas schwierig Äh, dafür müsst ihr jetzt Google starten Und da ist wahrscheinlich wieder Werbung drin Und dann ist das wieder lizenziert Ähm, weißt du was ich mache? Ich tue einfach kurz Trotzdem YouTube starten Ich muss dafür aber Eben bei OBS die Tonspur unterstellen, dass ihr nichts hört Das heißt Äh, ihr hört jetzt flint nicht mehr, nur noch mich So Also man hört Ich höre dich zwar, aber man hört dich nicht in der Aufnahme So da Wobei Solange wie das Ding es noch ist Äh, dürft ihr noch hören Was ist? So, Google ist da Perfekt Jo Äh CPU 11,1% Aha, alles klar Ähm, vielleicht mache ich wieder 15 Uhr ein Livestream Mal schauen Der geht dabei nur bis so ungefähr halb 5 Vielleicht mache ich auch ein Livestream von diesem Flugsimulator Ach du Scheiße Flint, hast du jetzt mittlerweile Roblox? Ähm Ähm Dann lacht sie jetzt eben schnell runter Ne, das ist Bei meinem Internet nicht gerade das Beste Das ist klein, das braucht nicht so viel So, man hört dich jetzt einfach wieder nicht Ja, okay Äh, und da gehst du weg von der Tonspur Tschüss Ähm Brauchst nicht weinen, das hört man eh nicht Weil, äh, ich mach das erst wieder an, wenn man die Musik hier nur hört Ähm, machen wir einfach Ah, ah, top 30 Was, probier Oh, passt Das kommt wahrscheinlich erst Werbung, zuglück hört man die jetzt nicht Ah ja, okay, Musik ist da So, jetzt kann ich das wirklich wieder hochstellen So Red mal kurz Alli, hallo, hallöchen Okay, die Musik ist auf jeden Fall lauter als seine Stimme Äh, leiser als seine Stimme So Hallo Also Leute, ähm Ja, du brauchst, bist du schon auf, was ich anbauen Genau Bist du eigentlich geendet oder getrusted? Keine Ahnung Ja, ich, ich, ich verkehre mal kurz die maximale Höhe Ah ja, okay Wobei deine Höhe ist auch gut, ja Nehmen wir Ah, wobei, ich würde doch gerne Eins, zwei, drei, drei Blöcke höher Oh, drei Blöcke höher Also, ja, okay, der ist ja noch okay Der darf da bleiben Der ist nett Oh, ähm, Krimi, das in der Aufnahme Ist das Krimi? Ne, wir waren das Nein, das war, äh, Krieger, glaube ich Oder Constructix, einer von beiden Ach, Illenkleider war das schon So, okay, wir haben Ach, das kannst du ja bei mir auch machen Ja, kann ich Du hast eins, äh, das zieht immer aus, äh, aus, wenn du eins zu hoch hast Hä? So, komm Ich frage erst jetzt, wir machen das mit dem Licht Ganz einfach, mit dem Everselaterra Ja, guck mal, die Decke, die du hier hinten siehst, da habe ich einfach zufällig gemacht Auf einer Seite und habe die dann einfach hier rüber, äh, geflippt Deswegen ist das kleine Muster entstanden Das kannst du aber auch in der Aufnahme nachschauen Wenn du die geguckt hast So, warte mal Wir machen dieses Muster hier und das ist lustig Dann irgendwie so ein zweier Abstand sogar Kein dreier Abstand Somit ist das Video nicht mehr unter, äh, für Kinder unter 18 Jahren geeignet So, perfekte Zeitling haben wir Machen wir jetzt noch Das Video hoch Du musst nur noch eine Wand für mich ziehen Ja, man ist nur aus, wenn ich hier selber die Wand fertig habe So, dann gehen wir mal hoch Wir haben nicht Sek 4, oder? Bam Poin Äh, Lime-Koncrete ist das, ja So Och, Konstru-Tix Das war Konstru-Tix Danke So Perfekt Ah, jetzt, jetzt machen wir noch das Ding jetzt zu Ui Ui Okay, damit das Du machst bei mir auch so ein Muster hin, weil ich kann das nicht Nee, mach ich schon selber Och, man Dann mache ich bei mir zwei deutliche Sachen als Muster Hast du bei dir angefangen? Welche Höhe? und jetzt wäre es noch nett wenn du den korn kriegt gegen links ersetzt also den was das beton darf ich kann nicht mehr schreiben orange mit und schaff ich fast Oh Mann, oh, was ist das hier? No Ecke provided. ja die doch auch ja du kannst halt rein ich glaube das ich glaube das war nicht gut jetzt packen hier so türen rum aber ich will das war eben das war eben sehr unfreundlich ich hab ihn doch gekickt werden ja konstrukt ist jetzt ist das ding bis die unterstrich hat wunderschön und auf das ist lustig das ist du musst von dem den kopf von den pisten ausbringen hast du das gemacht ich muss einmal entsprungen da ich wenn man hier drauf steht also auf diesen auf diesem stil hier kann man nicht darauf es sei denn man steht hier drauf und kann dann kann man es geht nicht du musst von dem hütten kopf aus springen ja das geht will das auch was machen wir hier facing north nehmen wir mal ja das ist verdammt es ist nicht darf man hier wieder so fiese sprünge rein machen so alles was du möchtest ja juhu wir müssen halt nur schaffbar sein ja das heißt sich drei monate danach lobes geht dort nicht welche richtung ist denn das hau das schafft man ach so ich muss haupt recht top machen glaube ich ach ab msg lobe ist springt bei der aufnahme sprung einfach und noch bei ab ich bin gerade in der arzt nahm ja ja ich bin auch in der arzenei ich nehme sie die untere untertepp an der tür aber darf man darf die tür nicht öffnen ist das problem ja dann macht nämlich z flint genau so und jetzt war ich wieder meine toll ja not you are not allowed to nbc ja auch weil du kannst keine nbc datei daten haben ja auch mal das ist das ist ja gemein hier der sprung ach man das ist ja doch ich hatte so dünne sprünge du auch ja ja nein konstruktix nein aus konstrukt das ist ja sprung ist gemein und die sprung kommt und die hundi wir ersetzen die leitern durch verdammt er hätte es das ließ das würde so kannst auch nicht springen bei bei Ranken auch neu leute die wachsen ja von selber runter ja ja das ist das ist das ist unschach ich kann keine Ranken verwenden schade das wachsen die bis ganz nach unten dann nützt es ja auch ja ja ich weiß was passiert wir haben ja 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 hört sich besser an an bier ok oh lol wie dumm das ist komm mal her ja gleich guck mal auf was ich stehe ich stehe auf keinen barrier ja hä hä das grünes bett warum ist denn das unsichtbar keine ahnung sind sie nicht auch so dass man hä warum ist das so ein block das ist exakt ein komischer block guck mal hinter dir auf wo ist das nächste bett ah lol jetzt wo ich das andere platziert habe wurde das hier sichtbar ja ey guck mal ich bin viel höher als du ne ja ja ich mach ihn grad so ich fand so nichts was macht er hier schon mit oh der kann die Sprünge nicht machen weil weil er kennt dann das geht oh ok oh ok er hat dann noch rausgefunden oh du bist ja zu nah dran das muss wenn schon dann so so wenn ich dann hier bin boi boi alter 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 noch irgendwas richtig boi jetzt hat mich auch kacktes kacktes benutze einfach verschiedenste sachen einfach für sprünge ja ich benutze einfach verschiedene sachen ja äh das da aber auch gott helfe kann man von da also ich glaub man kann das schon ne man kann das kann alles schaffen ich bin nur zu blöd dafür ach man ich bin doch echt zu blöd dafür ne also man schafft das ich bin echt zu blöd ach mann von dahin ein faires Volk aber man darf nicht von da jetzt wird er da nicht hochkommt das das oh lol jetzt wenn es nicht geht das ist ja lustig zum ersten Mal ja nein oh mein gott ist dieser sprung schwer aber das ist ja er schafft man okay halt das man schafft den ja es ist nicht so dass man den nicht schafft aber jetzt muss man von naja ah guck mal jetzt muss man hier nämlich jetzt muss man wenn man hier steht das ist jetzt mies wer muss jetzt durchspielen ja genau man darf nicht so springen können das geht nicht man muss aber dann kannst du da ja so rauf das ist ja gut klappt dann hätte ich das mehr also ich glaube man schafft einen komm mal kurz zu mir das ist nicht viel schwierig halt halt meine warum wird denn jetzt stehen man alle ich bin ich gerade irgendwie der bleibt bei mir einfach stehen kommen ja also das ist bei mir gesehen denn ich bin einfach kleben die guck mal guck mal guck mal guck mal bei mir ist das auch so hä hä das ergibt keinen sinn wer schafft es ja du musst die leertaste gedrückt halten aber dann irgendwie keine ahnung aber ich glaube ich dass das bei mir auch mal aus so ja aber da da jetzt das ist nämlich jetzt scheiße das ist ich habe es geschafft so 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 und muss und ich check gerade selbst nicht von wo man nach wo springen muss ach so von hier nach da und dann so 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 das ist was ich mache hier so fest ist da rein super schlaufen guck mal da kann der andere einfach hier hingehen guck mal und oben mache ich so ja man kann sich dann begrüßen und oben mache ich so dass du da reingehen kannst ja alter dieser jumptower der ist ja von mir aus können wir den noch viel höher machen alter ich mag jumptower voll gerne du kannst ja den jumptower nach unten machen guck mal guck mal verdammt oh fuck oh fuck ich hoffe grad dass diese musik komplett nicht komplett gestützt ist weil hier drin ist weshalb ist die die ist zwar von NCS aber die musik hört sich halb so an wie keine ahnung das schafft man das schafft man das schafft man aber wie also ich ich gehe jetzt davon aus dass das von NCS ist Falls es nicht ist, dann wird das Video halt gesperrt und ja, dann seht ihr das Video nicht, Leute. Zwar schade, aber ist dann halt so. Ja. Dann haben die Leute verkackt, die das in den Playlist reingemacht haben. Alter, ich hab hier nur los. Ey, man, das regt da. Hier wird man bestimmt einen Rage-Cup machen. Ja, ich bin oben. Weißt du, was ich mache? Ich mache hier eine Chorus-Planze hin, die wächst. Ey, man muss die Chorus-Planze mit dem Stage machen. Weil die wächst ja irgendwie. Aber das ist ja komisch, hä? Ja, ja, gut. Oh, guck mal, kannst du Druck-Dix. Jetzt hast du die Sprünge schon da raus. Flash, MSG, K, Druck-Dix. Alter, was hast du denn hier gebraucht? Oh, hohohoohi. Hä? Wieso ist das Bett da? Was hat die Leiter damit zu tun? Ja, weil sonst hätte ich das da nicht hinbauen können. Ich kann das jetzt auch wieder wegmachen. man schafft das von ganz unten ich habe bei mir noch nicht alles ausprobiert aber du brauchst diese eine leiter hier nicht musst du hier in der seiten sprung oder was geht aber gott ist das triggern also ich habe das geschafft einmal bei mir bei mir ist er so spieler folglich nach oben aber es ist nicht so ein bisschen nach da noch einbauen aber dann hier auch den jump so dass man da nicht von da hinten kann man könnte man von dem hier ausreichbar ist der leiterbeziehung ich springe einfach drei kilometer daneben okay das kann man auch machen wenn man möchte kann man abkürzen muss man aber nicht nicht das heißt da muss oh mein gott hilfe ja gut schaut jetzt mal an das ist ich krieg ja noch wohl das ist unten wird kannst du das ich komme gleich okay 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 das schafft man ja so jetzt hier ist geht es überhaupt da kann man abkürzen das geht nicht ich brauche einmal klar das ist wie es geht das überhaupt guck mal bitte seine meinung ich muss mal kurz bei mir kommen oh mein gott das ist das schwer ja guck mal bei mir ich habe ja die decke hier drüber ob das jemand hier noch wirklich ist von hier sprich sie hoch und dann musst du das geht doch nicht mehr oder von diesem block auf den da hinten mit der decke auf den rechten und das wird der decke darüber ich bin zu blöd kann man da überhaupt dreien jahr kann man darauf nicht rein hey das hat man nicht mein jumpen ran von hier mal schlüsse direkt gegen die band das geht gar nicht von hier dass das geht dahin dahin guck mal bitte einmal bei mir den sprung an alter ich habe den im kopf geschafft ich hab den gerade eben geschafft ich hab den doch gerade so ich komme so den sprung von hier nach hier auch gott auch gott ich bin grad für das teil geschafft hab ja und jetzt versuch mal das ganze durchzuspielen nach ganz oben jetzt kommen jetzt geht es hier alter warum springt er denn manchmal nicht das ist bei mir auch so hä hä oh gott oh gott weg um sichern ach so der leiter wo jetzt nach da oben ne ah nach hier weg da oder gar nicht gesehen da wieso mag an etwa weg oder muss er dahin ich kann den auch so machen einen höher oh gott also es ist schwer also ich bin jetzt wie oft schon runtergefallen aber mein leichter deshalb so dass du halt erst nach rechts und dann ja so etwas dritt was hältst du mich schon auf hier was machst du denn ja so die weg wir gehen aus weg bitte und wenn ich das typ mal auf wenn wir das ist richtig ja du musst so ganz schnell um die ecke ich brauche sie lief doch gar nicht doch auch sowohl okay jetzt musst du mal von mir von ganz unten machen ja da musst du vielleicht bei mir eventuell dazu machen ach nee unten ist das mit dem kackkolben ja und dann so ein kackgelachstab oh man wie ist eine flugkünste ich war drauf ich war drauf wo ist das nächste bett ist die frage ich würde sagen da da musst du durchlaufen sprinten schwer da musst du musst aber nur durch sprinten ja also man kann das ja das kann schaffen oh das geht ja gar nicht ups ja dann musst du das ein höher machen oder so über die ist ein zaun ja das wäre auch aufgefallen aber man kann ja so dann so austesten ob das geht und dann wenn du jetzt dahin gefällt mir gefallen bist du wieder von vorne anfangen wenn du auf das nie wenn du auf die blätter gefallen bist musst du wieder von vorne meins ist aber auch schon mies meiner springt nicht oder ist hier irgendwas drüber ne da ist nichts drüber meiner springt sogar nicht kackt Junge bist du telekompetent oder so guck mal guck mal guck dir jetzt mal an warte du kannst du auch erst mal springen können warte ja guck du kannst es auch nicht wow oh da ist ja noch ein holzflug drüber wie soll man das denn schaffen geschafft ach so ja verdammt es ist schwer es ist ich habe nicht gesagt dass es leicht ist ich auch nicht oh mein alter das hier ist schwer oh ok geschafft ok oh oh ja oh man ja ok jetzt springt die wieder schneller vielleicht springt die wieder oben alter die springt immer da drüber ne meine figur heute abend guck ich erstmal wieder tatort im ersten und dann haben wir schon wir haben schon 28 minuten schon wieder 28 ja also das leute schafft es noch weiter schafft es auch ich würde sagen das war's für diese folge wenn ich werde ich bin es die folge fertig so 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 kurz also stellen sie sich hier hin also leute danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge und macht's gut tschüss